Ja, hallo, es ist wieder 13 Uhr, Freitag ab 1, Kaffeezeit, heute mit Schäfchen zählen. Und ein paar Sekunden später, irgendwie manchmal, schaltet das Live nicht gleich zu, aber ihr seid schon da. Hallo Andrea, hallo Frau Ewert, schön, dass ihr da seid. Und erstmal willkommen zu Freitag ab 1, zum Anfang vom Wochenende kann man ja sagen, finde ich immer so. Und wir haben heute, finde ich, wir haben ja immer spannende Themen, aber heute wird es für mich besonders spannend geschafft. Das heißt, Frau Ewert, Sie brauchen mir gar nicht nebenbei zu hören, weil heute gibt es ein bisschen was zum Mitmachen. Das ist toll. Heute finde ich ein sehr spannendes, interessantes Thema. Wir wollen auch gemeinsam etwas machen. Wir wollen gemeinsam in Bilder reingehen. Lene, hi, schön, dich zu sehen. Und Michael, hallo, kommt erstmal alle an, bevor wir hier, Simone, hallo, nehmt euch eine Tasse Kaffee, macht es euch gemütlich zur Bildbetrachtung. Wir wollen ja, Patricia, hallo, großes Kaffee. Schön, dass ihr da seid. Viele Grüße in alle Himmelsrichtungen. Und wir wollen heute tatsächlich gemeinsam ein Bild, zwei Bilder betrachten. Und ich habe das ja unter dieses Motto gestellt. Gold unter Lehm oder Gold unterm Lehm. Doris, hallo, haigun. Mensch, die Familie Sorge ist komplett schön, toll. Ich freue mich. Und Gold unterm Lehm ist natürlich so ein bisschen poetisch ausgedrückt. Das wird sich noch zeigen, was es damit auf sich hat. Kurz vorher möchte ich, bevor ich ganz einsteige, möchte ich nochmal darauf eingehen, auch für die, die es dann später hier nochmal nachsehen, das kann man sich ja dann bei IGTV nochmal anschauen, dass tatsächlich ich diese Folgen immer speichere. Man kann dann halt nicht mehr live mitmachen. Aber die Folgen selber zum Nachschauen bleiben gespeichert. Sandra, hallo. Und sie bleiben bei IGTV gespeichert. Also hier bei Instagram, bei diesem kleinen Fernseher mit diesem, ja, mit diesem Dingel da drin. Und ich speichere sie auch bei YouTube. Dort lassen sie sich natürlich auch gut weitergeben und suchen. Und sie sind auch bei mir auf der Website unter News und Ressourcen zu finden. Da habe ich immer einen kleinen Blogbeitrag geschrieben und verlinkt. Und also, falls ihr das mal weitergeben wollt oder selber auch sucht, meine Website, YouTube oder hier bei Instagram. Da sind die Folgen zu finden und da bleiben sie dann auch gespeichert. Und als Einstieg, nochmal ganz kurz der Abriss, seit etwas über 30 Jahren bin ich Fotograf. Seit ungefähr 10 Jahren beschäftige ich mich mit Coaching, anfangs eher Mentoring, zunehmend Coaching, inzwischen als ausgebildeter Coach. Und seit zwei Jahren bin ich voll drin, fast jeden Tag, in dem Thema Photography in Coaching, also die Fotografie im Coaching. Und lerne dort eine Seite der Fotografie kennen, die ich als Fotograf so nicht wirklich beleuchtet hatte bis dahin. Und in, sag ich mal, in meiner Welt der Fotografen, ich es auch so gespiegelt sehe, dass wir uns insgesamt als ausgebildete, handwerklich ausgebildete Fotografen mit bestimmten Teilen der Fotografie nicht so stark beschäftigen. Und das hat was damit zu tun, wie Fotos wirken. Und die Quintessenz, die ich gelernt habe im Coaching, in Photography in Coaching, ist, dass Fotos die Eigenschaft haben, natürlich unseren Verstand anzusprechen. Das heißt, wir sehen, was drauf ist und sehen logischerweise, was passiert auf dem Bild. Wir können also sofort die Informationen empfangen, können damit was anfangen. Und gleichzeitig erzeugt jedes Foto auch ein Gefühl. Es gibt kein Foto, was nicht irgendwie auch ein Gefühl erzeugt. Nun könnte man sagen, naja, Gefühl, gut und schön. Allerdings, dazu muss man eben wissen, dass das Gefühl, die Äußerung, dieses sogenannten emotionalen Erfahrungsgedächtnisses ist, das wir alle haben. Das heißt also, man könnte auch landläufig sagen, unser Unterbewusstsein. Also alles, wer wir sind, was wir je erlebt haben, welche Schlüsse wir daraus gezogen haben. Wir wissen unbewusst sehr gut, was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Und Fotos wecken auch diese Seite auf und sie kann sich plötzlich äußern über dieses Gefühl. Manchmal sehr subtil, aber es kommt. Und wir, Fotos sprechen diese beiden Ebenen an. Das hat eben zur Folge, ich will, da könnte man drei Sendungen drüber machen. Das hat zur Folge, dass Fotos entweder stärken oder Fotos schwächen. Und weil das, weil man da sehr lange schöne Vorträge drüber halten kann, aber, wie heißt es so schön, Action speaks louder than words, habe ich gedacht, wir machen das mal gemeinsam einfach am Beispiel. Ehe ich hier lange erzähle, machen wir das mal am Beispiel. Was heißt denn das jetzt? Also wie äußert sich das wirklich, wenn wir mal uns ein Foto betrachten? Und ich habe jetzt mal ein Bild mitgebracht. Und das kann sein, dass euch das so vage bekannt vorkommt. Und schaut euch dieses Bild gleich mal an. Und wenn euch irgendwie Erinnerungen kommen und ihr plötzlich wisst, was es mit dem Bild auf sich hat, versucht mal, nicht auf das Wissen am Anfang zu hören. Das machen wir dann später. Oder versucht mal einfach in euch reinzuhören, was so an Impulsen kommt. Und ich frage mal dann ein paar Sachen und schreibe einfach mal hier rein, was euch dann dazu einfällt. Ich blende das Foto mal ein. Und zwar ist es dieses Bild. Das kann sein, dass, wie gesagt, dass es euch in gewisser Weise bekannt vorkommt. Ja, es ist bearbeitet. Also das ist eine Montage, die ich gemacht habe. Also nicht wundern, dass der so ein bisschen eckig aussieht. So ein bisschen wie eingeklemmt. Aber es erfüllt den Zweck. Und wie gesagt, lasst mal alles wissen, das ihr über das Bild habt. Und alles, was jetzt, ach, das ist bearbeitet und so weiter. Wie ist das wohl freigestellt? Lasst das mal weg. Schaut euch mal dieses Bild einfach. Lasst mal dieses Bild so auf euch wirken, als ob das wirklich tatsächlich ein ganz normal fotografiertes Bild im Studio wäre. Also mal die Gesamtheit mit dem, das ist eben, es ist ja ein Studiobild. Und mit einer bestimmten, sag ich mal, Gestik und Kleidung und Beleuchtung und Hintergrund und so weiter und so fort. Und lasst uns mal sammeln, was dieses Bild für einen Eindruck erweckt. Und was ist denn so der erste Impuls, der bei euch ankommt? Also was ist das für ein Mensch, den man da sehen kann? Skepsis? Was ist das für ein Mensch? Also was würdet ihr sagen, ihr könnt auch nachdenklich, ihr könnt auch mal sagen, was könnte er so tun? Also was hat er für ein Können? Was tut er so den ganzen Tag? Intensiv. Skeptisch wissend. Was könnte er für einen Beruf haben, so in dieser Art? Was könnte er so den Tag über so alles machen? Skeptisch. Jetzt kommt, ne? Nachdenklich. Intensiv. Skeptisch wissend. Analytisch. Prüfender Blick. Welchen, was könnte man ihm, was könnte der so tun damit, mit seinem prüfenden Blick? Da fällt, ne? Ne, darum geht es ja gerade, Beate. Darum geht es. Versuch mal das rauszulassen, dass es Steve Jobs ist. Und versuch mal das Bild mal einfach wirken zu lassen, was da, was einfach über das Bild so ankommt. Mit der Beleuchtung und dem Kontrast und der Kleidung und so weiter. Oder einfach mal gucken, was so erstmal als erster Impuls da so ankommt. Versuch's mal. Vielleicht geht's. Vielleicht geht's. So in das Gefühl mal reinhören. Klar im Kopf. Markant. Er prüft, ob die Geste passt. Das Bild dann das ausdrückt, was er ausdrücken möchte. Also recht reflektiert sozusagen. Bei mir persönlich kommt auch an, dass es ein sehr gutes Bild einfach ist. Also das ist so, wie man auch heute oft fotografiert. In grauem Hintergrund. Eine Vignettierung. Er hat eben den Anzug mit an. Den man eben, den man anhat. Ist sich seiner sicher. Für mich fühlt es sich doof an, schreibt Michael. Inwiefern kannst du das noch ein bisschen genauer ausdrücken, Michael? Kannst du das ausdrücken, was da, ich sag mal, doof oder irritierend oder wie auch immer rüberkommt? Für mich ist es auch so, dass ich finde, dass er sozusagen die, die, ja, das, was man einfach auch von offenbar einem Businessmenschen, also ich würde denken, er ist ein Businessmensch hier. Also dieser Mensch, egal wer jetzt, welchen, wessen Kopf drauf wäre, er wäre definitiv ein Businessmensch. Es geht um eine berufliche Umgebung auf jeden Fall, um Korrektheit, um so, wie man auftritt im Normalfall, wie es eben vom Prinzip auch üblich ist, im Business so aufzutreten. Und einfach schlicht ein richtiges, gutes Businessfoto machen zu lassen und sich so sehen zu lassen draußen. Ich nehme ein Stück Kaffee. Kannst du das so sagen, Michael, welche, zum Beispiel, wenn man ihn jetzt so in dieser Art anschaut, welche, die Schultern sind eckig, die habe ich allerdings nicht bearbeitet, die sind tatsächlich so, aber es passt nicht ganz zu dieser Haltung, na da, das stimmt. Ja, und das sind Dinge, das ist so die Bildgestaltung, die Schultern sind eckig und so weiter. Und was, guckt mal noch, guckt mal noch mehr ins Gefühl rein. Was kommt so an als das Gefühl und die Geste für mich nicht, es ist ein Gefühl und die Geste ist für mich nicht stimmig. Und guckt mal rein, was, wenn denn dieses Bild so wäre. Und da würde sich jemand so hinstellen, welche, ähm... Sagen wir mal, welche Botschaft hätte jetzt dieses Bild an den Betrachter. Für mich fehlt es an Harmonie. Ja, das liegt sicher auch daran, dass das Bild eben bearbeitet ist, ne. Wenn das Bild jetzt so wäre, in der Art, und ich das vielleicht von der Armhaltung noch ein bisschen besser hingekriegt hätte, dass die Schultern nicht ganz so eckig sind, was, ähm... Was wäre die Botschaft des Bildes? Was würde jetzt dieses Bild im Normalfall bei einem Betrachter für eine Erwartungshaltung wecken, was da für ein Typ käme? Ein, sag ich mal, ein Schlendrian oder ein korrekter Mensch, der auch die Buchhaltung gut im Griff hat? Oder was kommt da so an? Ich weiß es, du nicht. Ja, Bea, das stimmt. Das Bild ist tatsächlich nicht echt. Ich habe es montiert. Deswegen nochmal so, versuch mal reinzuhören, wenn das Bild tatsächlich in einer ähnlichen Art und Weise fotografiert wäre. Ne, gefestigter Mann, der sich seiner sicher ist. Was könnte der für Eigenschaften mitbringen, eventuell? Ich glaube, so auch Korrektheit kann ich mir vorstellen. Ein guter Rechtsanwalt. Ja, das denke ich auch, ne. Genau, Franzi, hi, guter Rechtsanwalt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Jemand, der als Rechtsanwalt ziemlich gerade durchgeht. So was in der Art. Das könnte ich mir vorstellen. Ich blende das Bild mal aus wieder. Hi, Franzi. Habe ich schon Hallo gesagt? Wir besprechen jetzt gerade ein Bild. Ich möchte dann euch natürlich noch ein zweites Bild zeigen. Ich blende das Bild erst mal aus. Und korrekt, sicher, genau. Na, denke auch korrekt, sicher, genau. Also schon auch Sachen, wo man wieder sagen könnte, ein sehr guter Buchhalter oder ein Rechtsanwalt, wo man eben tatsächlich sehr korrekt sein muss, sicher sein muss, genau sein muss. Diese Eigenschaften hätte ich wahrscheinlich in einem anderen Kopf oder in diesem Bild auch so gesehen. Ist eine Demonstration. Mit dem zweiten Bild wird es dann noch klarer, einfach um, glaube ich, anhand des Beispiels mehr sagen zu können, als wenn ich einfach darüber spreche. Ich möchte euch, bevor ich euch das zweite Bild zeige, mal die kleine Geschichte von dem goldenen Buddha erzählen. Die habe ich, glaube ich, vor Jahren mal gehört. Sie ist mir aber jetzt letzte Woche wieder über den Weg gelaufen. Und ich fand sie total passend für die, um zu verstehen oder um nochmal bewusster sich bewusster zu machen, warum Bilder, warum auch Bilder stärkend oder schwächend sein können. Und die kleine Geschichte, die es in vielen Varianten gibt, ich erzähle sie mal von der Quintessenz her, ist wohl die, dass es da einst vor langer Zeit einen goldenen Buddha gegeben hat, also eine goldene Buddha-Statue gegeben hat in einem Land. Und es war wohl recht voraussehbar, dass die Armee des Nachbarlands bald das Land überfallen wird. Und um diesen Buddha zu schützen, haben die Mönche den Buddha mit Lehm und mit Reisig und so weiter bedeckt. Und eben gehofft, dass eben der unkenntlich gemachte Buddha als Dreckklumpen, sage ich mal, oder als wertloserer oder wertloses Lehmgebilde überleben würde. Was dann auch passiert ist. Also die Armee ist wohl eingefallen und hat überlebt, weil man ihn nicht erkannt hat. Aber man erkannte ihn dann gar nicht mehr. Es muss wohl so gewesen sein, dass die Mönche das wohl nicht überlebt haben. Jedenfalls wusste keiner mehr, dass da dieser Buddha darunter steckt. Und Generationen später, es gibt eine Geschichte, dass das wirklich in Thailand in den 50er Jahren dann so war. Generationen später ging es um Umbau und Umzug. Und jemand hat sich eben um diesen Lehm-Buddha sozusagen gekümmert und hat sich eben hingesetzt und wollte, dass bei all den Umbauten und so weiter nichts mit diesem Teil passiert. Setzt sich dorthin, das muss wohl auch wieder ein Mensch gewesen sein, und beobachtet ihn ganz genau und sieht durch so brüchige Lehmstellen, dass da Gold drunter ist. Und natürlich hat er geschaut, was ist da und hat gesehen, dass eben dieses Teil voller Gold ist unten drunter und hat vom Prinzip die gesamte Lebensschicht, wurde dann irgendwann mal weggenommen und man sah, dass der gesamte Buddha aus Gold bestand. Und dann war plötzlich nach Generationen dieser goldene Buddha wieder da. Und das kann man sich, glaube ich, können selbst wir, die wir nicht Buddhisten sind, glaube ich, uns total vorstellen, was das mit so einem Ort auf einmal macht. Was das wieder für einen Ort von Gemeinsamkeit gibt, wieder einen Ort von Spirit, einen Ort von Treffen, von Angebundenheit gibt, dieser wieder erstandene goldene Buddha oder der Buddha, in dem wieder der goldene Kern entdeckt wurde sozusagen. Und ich finde die Geschichte deswegen so schön, weil ich glaube, dass es das ist, was Fotografien, was Fotos, Bilder generell, aber Fotos, da haben wir Fotografen, ist ja in der Hand und jeder, der eine Kamerad in der Hand, dass Fotos sehr, sehr stark sind, wenn sie den goldenen Kern zeigen, so möchte ich es mal sagen. Und dazu möchte ich euch eben noch mal ein zweites Bild zeigen. Und ich denke, das Bild kommt euch sehr bekannt vor. Das ist ein Foto, das der Fotograf Albert Watson gemacht hat von Steve Jobs. Und das ist auch relativ schnell gegangen. Da gibt es bei YouTube, könnt ihr mal eingeben, ein kurzes Video, das ist nur zweieinhalb Minuten. Vielleicht ist ja einer gerade am Rechner, kann es mal tippen und hier reinstellen. Zweieinhalb Minuten, in der Albert Watson erzählt, wie dieses Foto zustande gekommen ist, ist, dass er also Steve Jobs schon erst mal damit gestärkt hat, dass er gesagt hat, ich brauche nicht die anberaumte Stunde für das Bild, ich brauche nur eine halbe Stunde. Ich habe schon eine Idee, ich weiß, was wir machen. Und Steve Jobs war natürlich dadurch schon sehr bestärkt, weil eine halbe Stunde war für Steve Jobs natürlich eine Welt. Das heißt, das war schon mal die erste Bestärkung, zu wissen, dass diesem Mann nichts besser gefallen wird, als dass er Zeit spart beim Fotografieren. Und also diese kleine Geschichte gibt es bei YouTube zu sehen. Albert Watson erzählt kurz über die Geschichte des Bildes von diesem Bild. Ist wohl für ein Magazin entstanden und später, es muss also Steve Jobs wohl auch gefallen haben, denn das ist das Bild, was posthum als sein Trauerbild dann gezeigt wurde. Und wer Steve Jobs kennt, man kann wohl davon ausgehen, dass er da einen Finger mit im Spiel hatte, dass genau dieses Bild dann gezeigt wurde, als angezeigt wurde, dass er gestorben ist. Also es muss wohl bei ihm auch sehr stark angekommen sein. Und Beate, du schreibst es schon, es stimmt einfach alles. Und haut mal nochmal, genauso wie eben gerade hier rein, was seht ihr in dem Bild? Was meint ihr in welcher Umgebung? Ich meine, wir wissen, wir kennen Steve Jobs, aber selbst wenn es jetzt wieder mal versuchen wegzudenken, dass es Steve Jobs wäre, auch nochmal so ein Stückchen mit so einem Bild in dieser Art, so wie er hier fotografiert ist. Der schwarze Rolli vor weißem Hintergrund, der Blick, er erzählt auch, wie er Steve Jobs zu diesem Blick bekommen hat, nämlich, Herr Jobs, stellen Sie sich doch mal vor, Sie haben eine Idee und Sie müssen, danke Simone, supi, stellen Sie sich mal vor, Sie müssen Menschen davon überzeugen, von Ihrer Idee. Sagt er, kein Problem, mache ich jeden Tag. Und hat sich eben so hingestellt und mit diesem typischen Blick sich vor die Mannschaft imaginär gestellt. Das heißt also, der Fotograf kannte Steve Jobs sehr, sehr gut, hat sich sehr, sehr auf ihn eingetunt und hat daher Ideen in seinen Kopf gepflanzt, wo er total in seiner Stärke war und es kam alles vom Prinzip aus ihm selber heraus. Also die entsprechende Gestik, die entsprechende Mimik, der entsprechende Blick, vor allem aber diese entsprechende Energie, also der goldene Kern, kann man so sagen. Der goldene Kern von Steve Jobs, der eben aus so vielen Dingen besteht, zum Beispiel, dass Steve Jobs zum Beispiel keinen Anzug angezogen hätte. Also in der Zeit damals, er hatte ja diesen Stapel Rollis und es war seine Stärke, was für Steve Jobs stimmt, was für einen anderen Menschen so nicht stimmen muss. Auch diese Klarheit. Er war ja jemand, der für absolute Einfachheit stand, weil es beherrschbar ist durch den einzelnen Menschen. Die Philosophie vertrat er auch in der Technik, die floss dann später in den Macintosh mit ein. Und so tickte er auch als Mensch, dass also durch die Einfachheit und Übersichtlichkeit einem einzelnen Menschen eine große Macht gegeben ist, um es mal kurz zusammenzufassen. Und genau diese Philosophie sieht man in diesem Bild. Man sieht diese totale Klarheit und Einfachheit in diesem Bild. Das heißt also alles, was man hier sieht, der Blick ist sehr bestimmt, selbstbewusst, puristen und klar. Also sagt doch mal vielleicht, was ist für euch so diese Botschaft des Bildes? Wenn ihr dieses Bild sprechen hören würdet, was würde dieses Bild zu euch sprechen? Ja, eine Ikone auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was würde dieses Bild zu euch sprechen? Wenn ihr ihn dort seht mit dieser Gestik, mit dieser Stärke, mit der Aura, was kommt dort bei euch für eine Botschaft an? Was sagt er euch sozusagen über dieses Bild? Wahrhaftigkeit, Wahrhaftigkeit, absolut Beate, ja. Absolut. Hört mal in euch rein. Manchmal erscheint richtig vor dem Unbewussten wie so ein Neonschriftzug und man kann ihn auch wirklich anschauen und sehen, das ist so ein Satz, den mir dieses Bild sagt. Das ist so ein Impuls. Findet mal für diesen Impuls, sei du selbst. Ich würde das hier so umformulieren bei diesem Bild auch. Ich bin ich selbst. Simone, so verstehe ich das jetzt gerade. Eine Einladung zur Klarheit. Das kann ich mir auch gut vorstellen, Doris. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass diese Aura, diese Energie, die dort kommt, vertraue dir, Sandra. Vertraue dir. Und auch umgedreht, glaube ich, auch dieses Statement, ich vertraue mir. Das lese ich hier auch sehr raus. Ich hatte auch schon mal eine Antwort, die ging in die Richtung, ich habe eine Idee, hört mal zu. Das ist auch so. Und das kam, bevor ich dann die Geschichte erzählt hatte, denn das stimmte ja. Genau so war ja die Geschichte zu dem Bild. Das war das, was ich Steve Jobs vorstellen sollte. Dieser Moment, dass er eine Idee hat und sie zu fünf Menschen, die am Tisch sitzen, rüberbringen soll. Und bevor ich das erzählt hatte, sagte mal jemand zu diesem Bild, für mich kommt an, ich habe eine Idee, hört mal zu. Und das ist doch wohl krass, dass bei so einem, wir Fotografen wissen das ja, das ist ja fotografisch ein sehr simples Bild. Es ist ein weißer Hintergrund. Es ist von uns aus gesehen, von der linken Seite, ein Hauptlicht gesetzt. Ich sehe, glaube ich, hier gar nicht mal eine Aufhellung unbedingt auf der rechten Seite. Wahrscheinlich ist von unten noch mal eine kleine Aufhellung. Und so willkommen nochmal alle, die jetzt dazugekommen sind zu unserer kleinen Bildbesprechung. Das heißt also, technisch ist das Bild relativ unaufwendig und trotzdem hat der Fotograf damit meiner Meinung nach Albert Watson damit ein Meisterwerk geschaffen. Und warum? Weil Albert Watson sich mit Steve Jobs beschäftigt hat. Weil Albert Watson sich mit seinem zu porträtierenden Menschen eingetunt hat. Er hat sich auf den Menschen eingetunt und hat gespürt, hat begriffen, was der goldene Kern dieses Menschen ist und hat die Fähigkeit, das tatsächlich in Bildsprache zu übersetzen. Klarheit, Überzeugungskraft. Einfachheit und trotzdem Stärke in der Einfachheit, Inspiration, Führungskraft. Keine Aufhellung. Ja, ich habe das Gefühl, wenn man die Augen anguckt, dass von unten irgendwas gesetzt ist, aber darum soll es mir jetzt nicht so sehr gehen. Worum es mir tatsächlich sehr, sehr geht, ist zu sagen oder zu inspirieren, uns alle dafür zu inspirieren, welche Wirkung Bilder haben können. Ich switche jetzt nochmal zurück. Ich glaube, jetzt wird es noch deutlicher. Wenn jemand dieses Bild sieht und es ist genau der gleiche Mensch, er hat ja genau die gleiche Haltung. Ich habe in der Bildbearbeitung ihn gar nicht verändert. Ich habe ihn wirklich nur in ein Bild mit einem Anzugträger reingesetzt. Das heißt also, das Einzige, was hier verändert ist, ist wirklich die Kleidung und der Hintergrund. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Bildern. Und durch das Draufsetzen musste ich den Kopf ein Stückchen drehen, damit es auf die Schulter passt. Miriam Heil, wir sind schon mittendrin in der Bildbesprechung. Und das ist der einzige Unterschied. Ein anderer Hintergrund und eine andere Kleidung sozusagen. Und dann ist es noch anders, er wird wieder hergestellt. Jetzt war bei mir gerade eine Fehlermeldung, dass man mich wohl kurz nicht gesehen hat. Ich bin wieder da. Ja, so. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern ist keine Technik, kein anderes Licht, keine andere Kamera, sondern der einzige Unterschied ist, Frage an euch, der einzige Unterschied, wenn denn diese beiden Fotos tatsächlich so entstanden wären, was sie ja nicht sind, aber angenommen, sie wären so entstanden, was wäre dann Kleidung? Und für uns als Fotografen, was wäre für uns als Fotografen die Herangehensweise und was wäre an unserer Herangehensweise unterschiedlich gewesen? Was wäre der quasi einzige Unterschied an unserer Herangehensweise? Auf die Persönlichkeit einzugehen? Sich einzutunen, dass wir tatsächlich auch nicht nur zuhören, was will derjenige, sondern ob das sein goldener Kern ist, ob wir spüren, da stimmt was. Beate, du hast vorhin gesagt, ob das wahrhaftig ist, das spüren wir nur, das können wir nicht wissen, das spüren wir. Und dann kommt so ein Gefühl von Intuition, dass wir etwas wissen, was wir nicht wissen können, das ist Intuition. Genau, wissen, wer vor der Kamera steht, sich komplett drauf eintunen und tatsächlich spüren, in uns hineinspüren und Menschen diesen Raum eben tatsächlich geben dafür. Das ist auch das, was ich eben nochmal uns fragen möchte, was bedeutet denn das für jedermann draußen? Was bedeutet das für die Benutzung von Fotos für jedermann? Was? Genau, fühlen und spüren, wer das ist. Und teilweise, Beate, wunderbar, denn teilweise ist es ja schon so, Kunden kommen ja meistens mit einer festen Vorstellung zu uns, dass sie wissen, ich brauche ein Foto für einen Buchtitel, ich brauche ein Foto für ein Plakat, für eine Bewerbung, für ein Projekt und so weiter. Und man hat mir gesagt, ich soll da dies und jenes anziehen, sagen Sie mir doch mal, was da richtig ist. Und der goldene Kern von jedem Menschen ist eben komplett anders. Jeder Mensch ist einmalig und wo bei dem einen der goldene Kern wirklich ist, sich in ein kleines Zimmer einschließen zu können und dort stundenlang über Zahlen zu brüten, zum Beispiel, und das sogar, wenn rundherum ganz viel Gequatsche ist, so ist es eben bei dem anderen wieder, diese Führungsstärke, dieses, ich habe eine Idee, ich brauche nur mich dazu, denn Steve Jobs zum Beispiel, war ja auch nicht reich geboren, ich brauche da nur mich dazu und kann trotzdem damit die Welt verändern. Und dieser goldene Kern ist bei jedem Menschen anders. Das heißt also, Menschen diesen Raum zu geben. Sagt mal, was denkt ihr, was, was wie gesagt noch mal die Frage, was bedeutet das für Kunden, was bedeutet das für jedermann, der mit Fotos umgeht, wenn man denn das weiß, mit wie, wie schnell ein Foto von einem eher schwächenden Foto zu einem total stärkenden Foto werden kann, zu einem Bild, was bei dem Betrachter eine krass klare, starke, richtige Erwartungshaltung weckt. Was bedeutet das für Menschen, die die Bilder einsetzen? Das machen wir ja quasi alle. Wir, fast alle Business Owner, haben eine Website. Wir alle nutzen entweder Instagram oder Facebook oder irgendwie gehen wir ja fast alle heutzutage mit Bildern rum und mit vielen Bildern um. Was bedeutet das für Menschen, für quasi uns alle, für jedermann, der mit Bildern umgeht? Was meint ihr? Ich hoffe, die Verbindung ist noch da. Es ist so ruhig jetzt gerade. Also aus meiner Sicht hat das, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass wir Profis, Su Brice, eine bekannte Fotografin, sagt immer Education, 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 also tatsächlich viel darüber zu sprechen, dass Fotos tatsächlich diese Wirkung haben, dass Fotos eben tatsächlich nicht einfach nur eine Abbildung sind. Ich zeige dir mal, wie ich aussehe. Ich zeige dir mal, wie mein Kopf aussieht, sondern dass eben Fotos tatsächlich eine komplette mit rüberbringen, eine komplette Haltung mit rüberbringen, tatsächlich Potenzial zeigen können oder eben auch spürbar machen, hier zeigt jemand sein Potenzial nicht. Das kann man auch nicht verbergen. Ich denke, es braucht, das schreibt Simone, ich denke, es braucht vorab ein wenig Zeit, um das Bild vorzubereiten. Aber dann wird die Botschaft ja sofort klar. Doris schreibt, dass die Bilder eine viel größere Rolle spielen, als nur Bilder zu sein. Und ich denke, das ist etwas, was wir immer wieder weitergeben können, wo wir immer wieder genau dazu inspirieren können, dass eben Bilder, Fotos sowieso im Besonderen, weil Fotos eben so lebendig, so schnell auch im Leben gemacht werden können, im Gegensatz zu einer Illustration oder einem Gemälde, das ja auch Bilder sind, aber die Fotografie ist eben wirklich mitten im Leben machbar. Man kann jeden Moment nutzen, um zu schauen, dokumentiere ich das jetzt als einen Moment von Wahrheit, Wahrhaftigkeit, des goldenen Kerns. Und das eben Menschen immer wieder zu erzählen, bewusst zu machen. Und das ist ja so eine wunderbare, frohe Botschaft, finde ich. Weil was bedeutet denn das, wenn man auf einer Website, man macht eine, jemand, weiß was ich, fängt an, ein Seifensieder zu werden, weil er einfach diese vielen Schlieren in der Seife toll findet und tolle Düfte und macht eine kleine Website bei Wix oder Jimno, macht es sich ganz einfach und nimmt dann irgendein Stockfoto drauf. Und dieses Stockfoto erzeugt, ob wir das nun wollen oder nicht oder ob derjenige das will oder nicht, ein Gefühl bei dem Betrachter, nämlich, dass man eben eine Standardwebsite hat. Also wird es sich wahrscheinlicher auch, geht dann klar, Standardbild, Standardprodukt, okay, gucke ich mal zum Nächsten. Dass es sich um eine Herzensneugründung handelt und dass es dort sozusagen darum geht, dass jemand seine Mission zu Seife macht, ist eben leider durch das Bild gar nicht erkennbar. Aber ein Bild spricht mehr als tausend Worte, nämlich das, was mit Sätzen gar nicht ansprechbar ist. Ein Bild bringt, wenn es denn tatsächlich ein Bild wäre von dem Handvorgang dessen, wie diese Seife entsteht, dann wäre es natürlich ein Bild, was diese komplette Herzensmission und dieses Anliegen mit rüberbringen würde. Man würde wissen, ah, da geht es jemandem nicht nur darum, mir eine Seife zu verkaufen, sondern da geht es jemandem tatsächlich da um irgendetwas ein Tickchen schöner zu machen, um irgendwie, da hat es jemanden vom Herzen gepackt, der seine Art von Vorstellung, von Duft, von Ästhetik in diese Seife gepackt hat und Mensch, sowas gefällt mir auch und Menschen kaufen eben nicht das, was wir tun, sondern warum wir es tun. Und das wird entweder in einem Stockfoto wird so sichtbar, dass, oder wird, wie soll man das ausdrücken, man kann nicht verhindern, dass fühlbar wird, dass derjenige sich über seine Mission noch keine wirklichen Gedanken gemacht hat, das heißt, das Bild wird ihn schwächen, wenn es auch noch so schön ist, aber wenn in einem noch so simplen, einfachen Foto es möglich ist, diese Herzensverbindung zu zeigen, dann auf der anderen Seite wird dieses Foto diesen Funken regelrecht überspringen lassen. Und wie gesagt, das fände ich schön, wenn wir alle das immer und immer wieder in die Welt bringen und das bewusst machen. Und da kann man natürlich uns Fotografen wunderbar mit einspannen dazu, um solche Fotos zu machen. Und manchmal hilft es aber einfach schon, das zu wissen, dass man auch selbst im Leben die Kamera noch mal etwas bewusster benutzt, ganz einfach. Zum Glück jetzt, Simone, Simone, zum Glück arbeitet hier Social Media ausnahmsweise mal für uns Fotografen, da die Leute momentan lernen, dass jedes Foto, das sie posten, bei den Betrachtern etwas bewirkt. Ich glaube, es ist ein unbewusster Lernvorgang, aber je länger das jetzt dauert, über die Jahre, wird auch darüber erzählt, diskutiert. Und tatsächlich merke ich das auch, dass die Kraft und die Macht von Bildern tatsächlich immer bewusster wird. Also das auch im Allgemeinen. Es ist nicht mehr so ein Medium wie vor 30 Jahren für die Freaks, die mit der großen braunen Kameratasche rumrennen und tausende von Mark in ihre Hobbyfotoausrüstung stecken. Nein, es ist wirklich ein Medium für jedermann geworden. Und jeder hat inzwischen seine Erfahrung mit Fotos gemacht, die auf eine bestimmte Art wirken oder nicht wirken. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit inspirieren zu Fotos, die den goldenen Kern zeigen oder dazu Fotos, die diese einmalige Kraft zu nutzen, die Fotos haben. Das ist etwas sehr, sehr einmaliges. Ich kenne es eben aus der Coaching-Seite sehr. Im Coaching kann man ja sehr viel über Dinge reden. Was ist, was möchtest du wirklich? Was ist deine Wahrheit? Was ist deine Mission? Das sind aber Dinge, die meistens gar nicht bewusst vorhanden sind, die nicht bewusst aussprechbar sind, weil man sich all der Erfahrungen, die man je hatte und erst recht seines Seelenweges und solcher Sachen gar nicht bewusst ist. Aber so wie man mit Bildern arbeitet, in dem Moment fängt auf einmal an, auch alles, was gerade nicht bewusst ist, alles Unbewusste, sich zu melden über ein Gefühl. Und dort ist das einfach wunderbar. Und warum soll man das, diesen Effekt oder diese Wirkung, die Bilder immer haben, das, warum soll man den in der Fotografie nicht nutzen? Also Fotos zu machen, die wirklich so diese goldene Essenz zeigen und damit Menschen wirklich, wir bauen für unsere Kunden wirklich dann eine Brücke von ihrer Herkunft in die Zukunft. Wir machen ihnen bewusst, welche Stärken sie haben und so weiter und so fort. Ja, das soll es fast gewesen sein. Von meiner Seite her, wie kann man sowas noch lernen und machen? Es gibt von meiner, ich finde es sehr, sehr schön, was Dorota Raniszewska dazu sagt. Das ist also eine Frau, die sich Photography in Coaching absolut auf die Fahnen geschrieben hat. Dorota Raniszewska, wir hatten sie hier schon mal erwähnt. Raniszewska wird dieses in der Mitte mit S und Z geschrieben. R-A-N-I-S-Z, also S und Z, F-S-K, Raniszewska. Und sie hat ein Buch geschrieben, One Image, Many Words. One Image, Many Words. Und mit diesem Buch kann man wunderschön mal eintauchen. Das Buch ist ein bisschen unkonventionell geschrieben. Es ist mehr eigentlich eine Abhandlung, aber man taucht in so viele Ebenen ein, was Bilder bedeuten. Und das finde ich einfach wunderbar. Und Brücke von Herkunft in die Zukunft. Ich finde das auch so schön. Also so ähnlich sagtest Dorota manchmal, das war jetzt so meine Formulierung davon, aber genau das finde ich einfach auch in der Fotografie so schön, dass man das, die Fotos nehmen ja auf, was an Stärken da ist. Wo kommen wir her? Wo haben wir unsere Wurzeln? Aber gleichzeitig ist jedes Foto, was jetzt gemacht wird, mit einer Vorstellung, mit einer Klarheit davon, wo will ich denn morgen hin, zeigt ein Foto jetzt schon das, was noch gar nicht wirklich wahr ist, was aber drinnen wahr ist. Und damit baut das Foto in der Brücke, kann das Foto eine Brücke bauen. Und ich glaube, so war es auch bei dem Foto von Steve Jobs in gewisser Art und Weise. Denn das Foto prägt ja sein Legacy, wenn man das so sagen will, seine Erbe sehr, sehr, sehr. Wie man sich an ihn erinnert, ist sehr stark davon beeinflusst, wie dieses, ich blende es nochmal ein, wie dieses Foto aussieht. Ja, ihr Lieben, und auf meiner Seite gibt es zwei Varianten. Einmal für die Leute draußen, gibt es von mir ein Erlebnisforum, Bilder gut, alles gut, wo man in fünf kleinen Abschnitten sich mal wirklich mit Bildern, wie wir heute kurz beschäftigt, und mal in die verschiedenen Aspekte von Bildern selbst mal mit eintaucht, um mal eine Ahnung davon zu bekommen, wie Bilder wirken. Das ist, wie gesagt, für Firmen, für Vereine, für Small Business und so weiter, einfach geeignet, um sich mal damit zu beschäftigen, welche Wirkung Fotos haben können und wie man das für sich halt anwenden kann. Also wie, welche Auswirkungen hat das auf meine Bildsammlung, auf meinen Social Media, auf meine Website. Und für Fotografen gibt es was ganz Ähnliches, nur fotografisch, fachlich, und das ist die Mini Academy, die ich demnächst benennen werde in Mini Academy. Bild Essenz, wertvoll fotografieren. Die hat bisher noch einen etwas anderen Namen, aber der Name klärt sich auch gerade. Ja, die da finden gerade zwei statt. Eine ist abgeschlossen für den BPP. Jetzt gibt es die nächste Mini Academy, gerade in der Schweiz, und die nächste dann wird kommen. Da werde ich, das werdet ihr erfahren, wenn ihr da Interesse dran habt. Könnt auch immer mal auf meiner Website schauen, LarsNeumann.coach. Ja, und das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein. Viel Spaß, wenn ihr euch das Buch kauft. Das gibt es digital, das von Dorota. Das gibt es aber, glaube ich, inzwischen auch gedruckt. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, fragt, dann bleibe ich hier einfach noch mal eine Minute sitzen, und wünsche euch ansonsten ein schönes Wochenende und viel Spaß bei Fotos, die die goldene Essenz zeigen. Prost, Kaffee. Schön, dass ihr da wart. Ich danke auch. Ich danke euch allen. Auch ein schönes Wochenende. Schickt den Link weiter, empfehlt es, freut mich sehr. Und schickt mir gerne auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Themenideen habt, wenn euch hier Gedanken dazugekommen sind, immer her damit, ne? Patricia, das freut mich sehr. Macht's gut, alle Mann. Schönes Wochenende an die Mosel. Schön. Ich danke euch auch. Ciao. So, ich mach jetzt aus. Ich mach jetzt. Ich mach jetzt. Vielen Dank.